Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Projekt. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade in einer Flachlandwelt und das ist auch absichtlich so, denn wir starten, beziehungsweise ich starte ein kleines neues Projekt, bei dem wir quasi hier in einer Flachlandwelt, einer ganz normalen Flachlandwelt, uns quasi hochfahren. In Zukunft werden auch noch einige andere mitspielen hier, aber das sehen wir dann in den nächsten Folgen und ich würde sagen, ich erkläre euch erstmal, was es mit dem Projekt überhaupt auf sich hat. Wir spielen hier nämlich auf einem Vanilla-Server in der Version 1.16. Das bedeutet, das Neta-Update ist schon drauf. Wir können also auf jeden Fall viel im Neta erkunden, das ganze neue Update erkunden. Ich bin da noch nicht so wirklich im Neta gewesen in dem neuen Update, das bedeutet, wir sehen auf jeden Fall relativ viel Neues. Das Ganze hier ist auch ein Vanilla-Server, das bedeutet, hier haben wir keinerlei Plugins oder irgendwelche Modifikationen drauf. Das heißt, wir spielen wirklich ganz normales Minecraft. Ich werde hier auch schon von Slimes verfolgt, die es hier ja natürlich in Massen gibt, in dieser super Flachwelt. Ziel des Projektes wird es sein, alles einigermaßen gut zu automatisieren. Das bedeutet, wir werden in diesem Projekt viele automatische Farmen bauen, beispielsweise eine automatische Eisenfarm oder im Neta dann irgendwie eine automatische Beaconfarm, also eine automatische Widderskelettfarm und so weiter und so fort. Alles, was wir eben hier anhand von diesen wenigen Materialien, die wir hier in der super Flachlandwelt haben, farmen können. Dank dem 1.14-Update haben wir ja abgedatete Dörfer. Das bedeutet, wir können auf jeden Fall relativ viel mit Villagern handeln und bekommen auch einige dieser ganz speziellen Blöcke von Villagern, weil hier kann man ja relativ wenig erfarmen. Beispielsweise können wir jetzt nicht einfach sagen, wir farmen Diamanten oder Eisen. Hier geht es einfach nur drei Blöcke Erde nach unten. Eisen werden wir dann wahrscheinlich von den Eisengolems bekommen, wo wir noch eine automatische Farm bauen werden dann. Und das seht ihr dann alles in den kommenden Folgen. Was auch noch cool ist, sind die Raids, die mit der 1.14 gekommen sind. Ich sehe hier hinten übrigens gerade schon Dorf. Ich denke, mit den Raids werden wir auch noch relativ viel Spaß haben. Und ich würde sagen, wir laufen einfach mal in die Richtung von dem Dorf. Damit ich es nicht vergesse, wollte ich noch ankündigen, dass ich am Freitag von 16 bis 21 Uhr streamen werde. Und wir machen da so ein kleines, ja ich sag mal so ein Angelcamp-Stream. Also wir versuchen so ein bisschen, das Angelcamp in Minecraft nachzumachen, indem wir einfach hier in Minecraft eben so Quatsch machen und am See angeln. Angeln hilft uns auch am Anfang, glaube ich, relativ viel. Von daher passt es eigentlich relativ gut. Wir sehen hier vorne ist auch schon ein Eisengolem. Hier haben wir so eine kleine Glocke, die können wir ja mal läuten. Gucken, da versammeln sich alle Dorfbewohner im Haus. Und ich würde sagen, wir schauen mal, ob wir hier irgendwo Kisten finden. In den neuen Villager-Dörfern sind ja überall Kisten. Oh, da kommt noch einer rein. Hier müsste doch bestimmt eine Kiste drin sein. Hier ist dieser Tisch, womit man dann das Netherite auf die Rüstung klatschen kann. Hier haben wir die erste Kiste. Wir haben zwei Sätzlinge, das ist schon mal cool. Ein paar Äpfel und ein bisschen Brot, sehr schön. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch Eisen finden, weil Eisen werden auch später wichtig sein. Ansonsten müssen wir leider den armen kleinen Eisengolem da vorne töten nachher. Das werden wir aber dann alles über Lava machen. Ich werde hier direkt von Slimes attackiert. Das ist jetzt am Anfang ein bisschen nervig. Gott sei Dank hilft mir hier der Eisengolem. Ich nehme mir aber die Level. Perfekt. Und schnell wieder weiter. Ab mal ins nächste Haus vorbeischauen. Ich würde sagen, wir essen ein bisschen was. Ich kann auch mal die Lederrüstung gleich anziehen. Weil ich denke, Leder wird keine Mangelware sein, weil Tiere haben wir hier genügend. Da vorne ist auch eine kleine Katze. Können wir dann später auch alles zähmen. Hier in der Kiste waren jetzt ein paar Kartoffeln. Diese Mondblume hier, aber die kriegen wir später ja, indem wir... Oh Gott, dieses Kind hier süpft auf dem Bett rum. Mega cool. Das ist mega cute. Da können wir ja später mit Knochenmehl einfach auf den Boden rechts klicken. Dann kriegen wir auch so Sachen. Hier ist auch nochmal ein bisschen Brot drin. Also ihr seht, dieses Projekt hat auf jeden Fall Potenzial. Man kann hier auf jeden Fall einiges machen. Und es dauert, glaube ich, auch relativ lange, bis wir alle Farmen irgendwie automatisiert haben. Deswegen schaut gerne am Freitag bei dem Livestream vorbei. Da hat schon Slime die Felder kaputt gemacht. Da müssen wir irgendwie... Ich würde sagen, dann bauen wir in den nächsten Folgen irgendwie... Gucken wir, dass wir hier... Oha, ich werde schon wieder angegriffen. Dass wir hier eine Mauer außenrum bauen. Dass hier nicht so viele Slimes hier immer ins Dorf reinrennen. Das ist ja grauenvoll. Und damit würde ich diese kleine Ankündigungsfolge hier auch schon beenden. Ich würde nämlich sagen, wir sehen uns dann am Freitag im Stream. Beziehungsweise ich werde morgen, also morgen ist ja Freitag, auch nochmal ein neues Video hochladen. In dem Video werden wir uns höchstwahrscheinlich mal um ein bisschen Holz kümmern. Weil das ist am Anfang immer relativ wichtig. Ich habe da vorne auch schon gesehen, da mitten... Ja, genau da hinten spitzelt schon ein Baum zwischen den Bäumen durch. Da können wir den auf jeden Fall fällen und irgendwie vielleicht auch so einen kleinen Wald anpflanzen. Schauen wir aber dann, wie wir das machen. Und abends dann von 16 bis 21 Uhr werden wir ja dann live gehen. Und machen so ein bisschen das Angelcamp nach. Vielleicht sind noch ein paar Freunde von mir dabei. Das werden wir aber dann sehen. Dann wird es auf jeden Fall lustiger. Und damit wünsche ich euch auch schon wie bei jeder Folge am Ende einen traumhaften Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao!